Servus! Heute wollte ich einmal zeigen, was ich heute zugeschickt bekommen habe. Das ist von HIP. Und wenn man sich da an der HIP-Seite anmalet, dann kriegt man immer wieder so kleine Überraschungsboxen. Und ich habe jetzt die erste Überraschungsbox und das ist so lieb. Da ist Werbung drinnen. Und dann ist eine Rassel. Ist die nicht sogar süß? Habe ich schon bei meiner ersten Tochter gekriegt. Und ja, eine Folie und ein Waschgel ist dabei. So eine richtig süße Probe zum Mitnehmen. Perfekt. Und dann gibt es da noch eben so einen Brief dazu. Und da gibt es noch eine Probe für Stilltee. Schwangerschaftstee. Also sogar Schwangerschaftstee. Schwangerschaftstee trinke ich eigentlich gar keine. Ich trinke die ganze Zeit Stilltee, wenn ich einen trinke. Schwangerschaftstee trinke. Schon aber gut ist. Und dann gibt es noch so eine Broschüre. In den Stühlen ist da glaube ich was drinnen. Oder für Pflege, Massagen, Ernährung. Das ist eigentlich recht nett. Ah ja, und das ist da eben. Aber ein bisschen. Und die ist auch im schon. Aber die erste war ich dann einfach weggetan. Weil die Elena hat sich so gerne umgeknabbert. Und da kriegt die Emily jetzt eine wunderschöne neue. So. Das war eigentlich das Einzige, was ihr sagen wollt. Beim Hieberoppa anmalen. Dann kriegt man so eine kleine Boxen. Immer wieder zugeschickt. Und auch wenn das Kind da schon auf der Welt ist, kriegt man halt noch ein paar zugeschickt. Bis ins zweite Lebensjahr. Ja, das war es schon. Für euch sage ich euch dann. Und hoffentlich schaut es das nächste Mal wieder zu. Für euch.